Unser Job ist Ihr Arbeitsplatz, so lautet das Motto der Firma Büro 2000 in Hamburg. Die GmbH wurde im Jahr 2000 von fünf erfahrenen Bürofachhandelskaufleuten gegründet und hat sich seither zu einem der erfolgreichsten regionalen Anbieter von Büromöbeln und Büromaterial entwickelt. Aktuell sorgen 13 Mitarbeiter dafür, dass das übergeordnete Unternehmensziel auch in Zukunft gewahrt bleibt. 100% Kundenzufriedenheit. Wir sorgen nicht zuletzt durch fachmännische Planung für moderne und funktionale Arbeitsplätze. Durch unser umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio sowie unser Warenlager vor Ort können wir den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Anforderungen kurzfristig nachkommen. Und wenn Ihnen noch das Papier im neuen Büro fehlt, bekommen Sie das bei uns auch. Darüber hinaus bieten wir Ihnen für unsere hochwertigen Büromöbel im Fall der Fälle auch einen Reparaturservice an. Büro 2000 bietet Ihnen individuelle Problemlösungen, die Sie sich wünschen.